Und weiter mit unserer Verspätung. Wir haben eine Busfahrerkarte, wir sind immer so weit gefahren. Dann Brems gelöst. Natürlich, es war ein 3er Bus, der hat kein Tier. Im C3515. Dann, ah, ich brauch hier einen Gang und dann sind wir gefahren. So. Ja, aber wenn ich nicht zur Scheiße fahren würde, würde sie sich über die Verspätung, die dann noch größer wäre, aufrechen. Aber trotzdem, so schnell kann man jetzt auch nicht nur fahren. Aber ich muss ziemlich schnell nur fahren, weil wir eine Verspätung, die Sau. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Jo, kann ich. Aber nicht halt. Das ist im Moment nicht hoch. Neue hat mir ewig Zeit. Dann kann ich fahren, so wie Sie wollen. Machen Sie die Tür auf, ich will aussteigen mit dieser Körperverletzung. Wiederschauen. Wiederschauen. Ah, und schönes Wohrent. Ja, piepst ein bisschen. Ich weiß, dass man schon jetzt. Hoppa. Wenn man die Diofahrten fortfährt. Ja, wie wär's denn morgen mit dem 2. oder 3. Gang? Bus. Ei, 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 ei. Rüber, 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 rüber. Der zweite Gang. Bus. Pass auf. Entweder Schaltstürz und dein zweiter Gang. Danke. Da sind nur vor Ihnen hänge geblieben. Ja, das ist aber blöd. Die Kuh, ah. Ich merk's. Weil immer wenigstens wieder befestigt die. Befestigt die Straße. Hoppa. Oh, eine Richtung. Das arme Lenkrad. Ist nur am Lenken. Schild. Nummer Schild. 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 Machen Sie die Tür auf. Ich kann aussteigen. Das ist ja Körperverletzung. Wiederschauen. Ich weiß. Es gefällt dir nicht, warum man verbraten die Tür wird. Ich weiß auch, dass du nicht in der zweite Gang schalten willst. Bevor ich noch muss stehen bleiben. Ich fahr mal so weiter. Ich fahr mal so weiter. Bleib mal grad stehen. So. Jetzt. du da wenigstens wieder schalte ist ganz schön anstrengend sofort aussteigen ist ja unmöglich wie sie fahren ja umso weniger gewicht haben wir umso schneller es immer wieder sehen danke für den ersten gang ist jetzt angebracht dankeschön fahr 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 äh nee geh auf schrank schranke zeit da lang oj 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 Was mache ich jetzt? Der war schnell, bin ich jetzt aber arm. Jetzt kann ich mal zeitlos schon keiner mehr im Bus, so wie es aussieht. Und ohnehin bis zum neuen Paus. 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 Brems, Brems, ich, ich, ach, drecks, los. Ja, können wir machen. Ich bin gerade vorspulen, wir fahren jetzt direkt weiter. Warum ey, hast du da krank? Ich halte jetzt ein N und ein R. Und piepst du mal kurz das Ohr voll? Warum piepst du mir kein Ohr voll? So, dann sehen wir das, weil es mir egal ist, ne? Tja, dann kann es mir auch egal sein. Dann fahre ich dabei. Moment mal. Simulator, da fangen wir hin. Machen Sie schön Werbung. Moin! Ein Fahrschein bitte. Yo! 3,50. Jetzt kommt der Manfred Jörgen um sie. Ne, stimmt nicht. Ich weiß. Ich bin ja aus Versehen und falsch. Dächtig gekommen. War ja frei gelten. War frei. Ja, das war. Frei, frei und rum. Ja. Weißt du? Unglaublich. The ist der Sinnっ? Sehr geehrte Fahrgäste, hiermit möchte ich Sie auf der Linie Wanderbus zur Lau... ...begrüßen zur Information dieser Busfahrt ab der Laubenbachhütte, alle 30, alle 60 Minuten immer um halb. Der letzte Bus fährt dann bis zum Bahnhof Bad Kinzau. Zur Information einmal fährt hier ein kleiner Bus. Dieser Bus fährt nur als Ersatzbus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste hat Laubenbachhütte. Ich wäre jetzt nicht in dem Ort. Aber... Achso, spät sind wir nicht dran, die Orts-Eva weiter fahren. Ups... Es war ungewollt. ... 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